So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, eine neue Infofolge, denn es ist soweit, das worauf wir jeden Monat warten. Die News für den kommenden Monat, dass wir wissen, welche Spotlights, welcher Feldforschungsdurchbruch, welche Raid-Bosse vor allem kommen. Gibt's was Neues, gibt's was Altes in Shiny oder gibt's einfach wirklich nur Gulasch? Und sie haben es schon wieder getan. Guckt euch das an. Und sie haben schon wieder nicht auf dem Blogpost diesen super tollen, schönen Artikel verfasst, sondern es gibt einfach nur auf Twitter eine Grafik hingeschmissen auf Englisch. Und da sollst du jetzt alles raussuchen mit vielen Fragezeichen, mit vielen offenen Fragen, mit okay, schnelllebige Zeit. Geht natürlich fix Twitter hin und her, die Jugend kurz aufs Handy geguckt. Aha, hab ich Übersicht, alles klar, Bruder. Wir, ich, fand es immer schön, so Stück für Stück sich da durchzulesen, mit schönen Bildern dran, das einzeln abzuarbeiten. Das sind die Fünfer-Rates, das ist das, das ist hier, das ist jenes. Jetzt steht ja alles auch noch Englisch, da check ich die Namen schon gar nicht. Hier, Hounder. Was ist denn Hounder? Mensch, Apollo-Optik, das ist was. Achso, aber ich hab gesehen, die Kollegen von GoGames, die sind ja so schlau und haben selbst einfach einen Artikel gemacht und haben das zusammengefasst. Und ich werde mich jetzt einfach auf den Artikel von GoGames berufen. Was, ich werde mich jetzt einfach darauf hier und dann, ja genau, so. Ich glaub, die Mütze sitzt so eng. Durchbruch im Oktober, denn damit hat eigentlich immer alles angefangen. Der Feldforschungsdurchbruch. Wir haben jetzt Meditalis gehabt und... Ich weiß gar nicht, was es zu Meditalis dazu gab. Ich blick gar nicht mehr durch, ist schon ein Monat her, deswegen. So, Durchbruch im Oktober. Machen wir mal langsam hier. Für sieben gesammelte Stemmel erhaltet ihr im Durchbruch nun einen Monat lang ein Ninjatom. Ninjatom hat keine wirkliche Funktion im Pokémon Go, da seine Fähigkeit aus den Hauptspielen fehlt. Allerdings kann Ninjatom erstmals auch in seiner schillernden Variante gefangen werden. Zusätzlich. Es steht jetzt hier, zusätzlich zu jedem Meditalis gibt es einen Rauch. Das ist doch das alte. Jetzt muss ich wieder auf diese Dings vergleichen. Nein, wir sehen also Ninjatom vom 1. Oktober bis 1. November im Feldforschungsdurchbruch mit einem Rauchgrad ist dazu, der da rauskommt. Und das erste Mal als Shiny, also Shiny-Symbol ist dran. Sehr gut. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber, hallo, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du bei vier Begegnungen, bei vier möglichen Begegnungen, ein Shiny kriegst? Entweder hat das so eine extrem hohe Shiny-Rade, dass bei vier du zwei Shinies kriegst. Ansonsten ist das wieder mal komplett... Das kannst du ja auch nicht entwickeln. Du kannst ja einen Kader zu Ninjask machen, aber nicht zu Ninjatom. Den kriegen wir immer nur aus dem Feldforschungsdurchbruch. Jetzt das erste Mal Shiny. Also wer da einen Shiny kriegt, der kann sich freuen. Das ist dann auf jeden Fall trotzdem was Besonderes und auch was wert. Ansonsten finde ich interessant, ist seit langem mal wieder was, worauf ich mich freue. Muss ich sagen. Dadurch, dass das Shiny sein kann, ist es auch was Neues. Wöchentliche Angebote. Seit dem 29. August gibt es leider keine wöchentlichen Angebote für eine Boge-Münze mehr. Eine offizielle Ankündigung von der Yenny gab es nicht. Warum packen die das hier als Punkt rein? Ach Mann, ich hasse Go-Games. So, wir gehen einfach weiter. Zu den Raid-Bausen, das ist ja das Wichtigste eigentlich für euch. Die Raid-Bausse. Ich habe die ganze Zeit schon gesagt, wenn jetzt Evil-Tal da ist, ist es eigentlich naheliegend, dass danach Xenias kommt. Weil Evil-Tal kam ja jetzt zurück, um es als Shiny einzuführen. Was ist naheliegender, als dann auch Xenias als Shiny einzuführen. Und es ist wirklich so. Evil-Tal vom 27. bis 27. September bis 8. Oktober und ab 8. Oktober bis 20. Oktober Xenias. Was auch neu als Shiny dann also da ist, auch richtig cool aussieht. Ja. Gibt es mal zwei neue fette Bosse. Ich glaube, da werden die Leute richtig gut abgehen. Bei Evil-Tal noch bei Xenias genauso, was das erste Mal ist. Und Giratina, die zwei Formen, sind zwar eigentlich auch cool. Eine besser wie die andere. Aber ist jetzt schon wieder alter Gulasch. Klar, manche brauchen das noch. Manche haben noch gar keinen Pokédex-Eintrag. Manche wollen noch das Shiny, manche brauchen noch einen 100er, manche noch einen XL. Aber ich glaube, die erste Zeit hier ist auf jeden Fall intensiver und brutaler und interessanter als die zweite Zeit. Aber alles hat seine Fans. Also 8. Oktober bis 20. Xenias. 20. Oktober bis 27. Oktober, das ist also wirklich nur eine Woche, sieben Tage, Giratina mit Füßen. Und dann vom 27. bis 8. November, Giratina, die fliegende Made, die gierige Tina. Das sind die fünfer Raid-Bosse. An sich ist das eigentlich ein starker Oktober-Raid-Monat. Weil alle vier Pokémon sind relativ nützlich, interessant. Gerade Giratina auch für GBL beide Formen gut oder auch für Raids kann man nutzen. Und für mich wird es trotzdem ein ruhiger Monat. Ich habe alle vier in 100% auf Level 50. Alle vier schon. Shiny brauche ich Evil-Teil und Xenias, aber die haben ihre Raid-Stunden. Da glaube ich kommt was bei rum. Mega-Raids. Zusätzlich die Mega-Raids wechseln aber. 27. September bis 8. Oktober, also solange wie Evil-Teil da ist, ist auch dann Mega-Schlappohr am Start. Vom 8. Oktober bis zum 20. Oktober, solange wie Xenias da ist, wechselt also dann das Ganze auf Mega-Voltenso. Falls noch einer Mega-Energie braucht von einem der beiden, der kann das nutzen. Ansonsten macht man glaube ich mit beiden nicht wirklich was. Sind jetzt nicht so gefragte Pokémon. 20. Oktober bis 8. November, Fragezeichen. Wir vermuten sehr stark, dass es sich beim dritten Mega-Raid-Boss Omega-Banett handelt, welches kürzlich in der Data-Mine entdeckt wurde. Bei Mega-Banett sieht man ja jetzt auch schon die Mega-Energie und die Umrisse beim Mega-Decks. Also das kann man eigentlich zu 99,9% sagen, dass das Mega-Banett sein wird. Freue ich mich drauf. Da möchte ich wieder ein Community-Raid machen und Raids für Zuschauer an dem Tag, wo das dann reinkommt. Und eigentlich, ja was heißt eigentlich, will ich so machen, genau. Weil Giratina ist ja dann nicht neu. Aber Mega-Banett ist neu, deswegen würde ich das gerne empfangen und im Raid auch dann abends, zack. So, was haben wir noch? Raid-Stunden. Wir haben ja eine Raid-Stunde mit Evil-Tal am 28. September. Wir haben eine zweite am 5. Oktober. Es ist also dann zwei Wochen da gewesen, hat zwei Raid-Stunden bekommen. Xenias bekommen am 12. Oktober und am 19. Oktober Raid-Stunden. Also auch zwei. Da ist also genügend Zeit, Bonbons zu sammeln, Hunderter zu suchen, Shiny zu bekommen. Ich brauche mir also keinen Stress machen. Ich werde in den Raid-Manias mich einladen lassen, immer eine Stunde. Und ansonsten nur meine zwei täglichen Pässe weiterhin machen. Am 26. Oktober kommt dann eine Raid-Stunde mit Giratina mit Beinen. Die andere ist dann schon also im November drin für das fliegende Maden-Giratina. Rampenlicht-Stunden. Jeden Dienstag gibt es eine einstündige... Es gibt eine Rampenlicht-Stunde. Jeden Dienstag 18 bis 19 Uhr. Warum spreche ich es nicht gleich mit meinem eigenen Worten? Wir haben einmal, vor allem steht nicht mal da, was es ist. Jetzt bin ich schon hier weg, weil da alles Englisch ist. Ich komme hier hin und da steht einfach gar nichts dran. So. Pokémon Go. Wunderbar. Wir haben am 4. September Feli Lu mit 2x EP fürs Entwickeln. Wir haben am 11. September Apollo mit 2x Sternstaub beim Fangen. Am 18. September Traunfugil mit 2x EP beim Fangen. Und am 25. September Schuppet mit 2x Erfahrungspunkte fürs Entwickeln. Erfahrungspunkte, Erfahrungspunkte, Erfahrungspunkte. Entwickeln, entwickeln, fangen dazwischen, 2x Sternstaub beim Fangen. Das ist vielleicht, glaube ich, wahrscheinlich die interessanteste am 11. September. Vor allem, weil Apollo ist ja schon eine Weiterentwicklung. Das in der Rampenlicht-Stunde überall mit Doppelstaub, wo es eh als Weiterentwicklung schon mehr gibt, dann nochmal so Doppelstaub am 11. September. Das ist, glaube ich, die krasseste Rampenlicht-Stunde so, die ich bis jetzt irgendwo gesehen habe. Hier ist so eine Rosette schon wieder dran. Bringt eure Kumpel-Pokémon mit zu dieser Rampenlicht-Stunde. Zu Beginn und zum Ende passiert etwas Spezielles. Am 25. September passiert etwas Spezielles zur Rampenlicht-Stunde. Steht da hier auch irgendwas? Ja, hier ist nämlich auch zwei Rosetten sogar dran. Bring your buddy Pokémon to witness something special at the beginning and the end. Das ist Spotlight-Aua. Yo, yo. Also ist auch so gemacht. Hier seht ihr auch nochmal, äh, Feli Lu, wenn die so heißt. Und, äh, Apollo können nicht shiny sein. Traun, Fugil und Schuppet können shiny sein. Ach, ich finde das so schrecklich. Ich fand das so toll, dass sie schön ihren Beiträgen da waren. Na, Yentic, warum tust du mir das an? Warum? Ich verstehe es nicht. Steht also alles so da, wie wir sie kennen. Was haben wir sonst so? Aha, hier ist auch alles shiny, alles shiny, das passt. Hier, das ist auch alles shiny. Also die Mega-Raids waren bisher ja sowieso immer shiny. Gab noch keinen Mega-Raid bisher, der nicht shiny war. Dann Events, die sind ja da auch aufgelistet auf diese offiziellen Grafik. Es gibt wieder spezielle Events hier, wovon ein, was schon auch wieder heraussticht. Der Mega-Garados Raid Day. Warum? Mega-Garados Raid Day. 5. bis 11. Oktober ein Evolving Stars Event. 8. Oktober, Mega-Garados Raid Tag. Wir hatten zuletzt auch einen Raid Tag, ja. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, mit was? Mit? Wir hatten einen mit Waschkavier und dann hatten wir noch einen mit, das habe ich vergessen. Ich weiß es wirklich nicht mehr jetzt. Oh mein Gott. Aber hier mit Mega-Garados. Mega-Garados Raid Tag. Garados ist auf jeden Fall ein richtig geniales Pokémon. Sichert euch da ein shiny. Das hat eine extrem erhöhte shiny Chance dann. Ihr könnt Mega-Energie sammeln. Und, ja, weiß ich nicht. Mega-Garados ist schon ewiges Lange nicht mehr da gewesen. Also das, das ist auch richtig cool. Raid Days, ich feiere Raid Days. Da kriegt man ja eigentlich auch immer bis zu 5 reihe Pässe. Beim letzten Mal haben sie es auch anders gemacht. Da habt ihr 5 zusätzlich bekommen zu den 2, die ihr sowieso schon hattet. Plus, wenn ihr den vom Vortag noch aufgehoben habt, hattet ihr also 5, 6, 7, 8. 8 freie Pässe. Das war richtig cool. Das hat Spaß gemacht. So was möchte man ja haben. 14. bis 17. Oktober Festival of Lights. Also das Lichterfest, ne. 15. Oktober Lichtl Community Day. 20. Oktober bis 1. November Halloween Event. 21. bis 23. Oktober Safari Zone Taipei. Da ist also auch noch viel Platz. Das Evolving Stars Event, was da ansteht. Das Festival of Lights und das Halloween Event. Dazu werden sicherlich extra Videos kommen und extra News. Bin ich mal gespannt. Hier ist die offizielle Grafik. Ja, das ist schön. Jetzt haben wir sie nämlich einmal hier und einmal da. Und ein Fazit. Wir begrüßen es nach wie vor, dass Niantic inzwischen selbstständig Infografiken vorbereitet, würden es aber zusätzlich begrüßen, wenn weiterhin Informationen auf dem Pokémon-Go-Blog einfach zugänglich wären. Würde ich natürlich auch. Die Veröffentlichung von Shiny Xenias ist in unseren Augen keine große Überraschung, nachdem Shiny Evil Tal in der Fashion Week veröffentlicht wurde. Fraglich ist es jedoch nach wie vor, wann Niantic Zigarre veröffentlicht und somit das XYZ-Trio vervollständigt. Wir freuen uns ebenfalls, dass nach sehr, sehr langem Warten nun auch die schillernde Variante von Ninja Tom im Spiel veröffentlicht wird, da Ninkada und Niniask schon lange als schillernde Variante verfügbar sind. Schon vorab können wir Spielern empfehlen, die Rampenlichtstunde mit Alpollo zu spielen, da Alpollo als Entwicklung 300 Staub gibt und mit dem doppelten Sternenstaub-Bonus könnt ihr so gleich 600 Staub oder 900 Staub sammeln, plus gegebenenfalls Wetterbonus für 25% Extra-Staub. Wir sind gespannt, was Niantic damit meint, dass bei der Rampenlichtstunde mit Schuppet etwas Spezielles passiert, wenn man den Kumpel dabei hat. Was meint ihr? Und das ist auch die Frage, was meint ihr? Wie findet ihr die News für den Oktober und vermisst ihr denn nicht auch, so wie ich, diesen schönen alten Blogpost von Niantic? Ich will nicht hier so ein hässliches Bild, was eigentlich gar nicht... Ich fand das alte Bild hässlicher, also das sieht eigentlich sogar ganz cool aus. Ja, aber nein, ich muss das kritisieren, weil ich möchte das alte Bilde zurück. Hier habt ihr alles also in einer Übersicht, die Leute merken sich eh nix, macht einen Screenshot, schaltet alles auf stumm, schleppt das mit rum. Eigentlich halt so coole Raid-Bosse, neuer Mega-Raider reinkommt, interessante Events, ein Mega-Raid-Day mit Garados, coole Spotlight-Stunden mit vor allem Alpollo, im Feldforschungsdurchbruch auch interessant, neues Shiny mit drin. Also eigentlich ist der Oktober richtig genial, oder? Was sagt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Was sind eure Favoriten? Auf was freut ihr euch am meisten? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses, beziehungsweise heute Abend in der Raid-Mania, wenn ihr mich zu euren Evil-Tile-Raids einladet. Peace out, Vorhaut. tänne. Observe, die Vielen Dank.